Und jetzt hoffe ich, dass Sie mir noch einmal ganz fest die Daumen drücken. Denn jetzt möchte mich ein Entfesselungskünstler herausfordern. Steve White wird mich an ein Tor fesseln. Danach soll dann alles ganz schnell gehen. Ich muss mich aus meinen Fesseln befreien, bevor Steve White mit einem Motorrad durch dieses Tor fährt. Ich habe lange mit Steve White trainiert und hoffe, dass ich es heute Abend schaffe. Okay, Steve, wir legen los. Perfekt. Das Duell gegen die Zeit kann beginnen. Florian, sei so nett und stelle es später direkt in Position. Hier? Ganz genau. Du siehst über dir die genannten Handschellen. Ich werde dir diese nun anlegen. Es sind englische Polizeihandschellen. Und es ist ohne Schlüssel, gibt es keine Möglichkeit, hier raus zu entkommen. Deine Aufgabe wird nun sein, innerhalb kürzester Zeit aus diesen Handschellen zu entkommen. Damit du gleich keine Panik hast, wenn ich mit dem Motorrad auf dich zufahre, werden wir sicherheitshalber hinter dir und vor dir ein Papier spannen. Aber keine Sorge, Sie hier im Saal und auch live zu Hause an dem Bildschirm, Sie werden Florian die ganze Zeit sehen können. Florian, bist du bereit? Okay, let's do it! Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Meine Damen und Herren, Ihr Gastgeber Florian Silbereisen. Untertitelung. BR 2018